Dieser Schicke Ford Transit Kombi als 8-Sitzer könnt ihr schon bald vor eurer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 Dieselmotor mit AdBlue Technik erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Als L2H2 bietet er jede Menge Platz. Hinten können ganz bequem 6 Personen sitzen. Und denken Sie auf an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze bieten viel Komfort und eine tolle Sitzposition. Praktische Schiebefenster unterstützen die Belüftung. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Transit schützt Sie rundum mit ABS, SP, Airbags und Nebellampen vorne. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch am Bluetooth-Freisprecher. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken und dennoch unheimlich praktischen Ford Transit Kombi als 8-Sitzer hören Sie viel Spaß an. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen 2 Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wismar freut sich auf Sie.